Wir haben ja dann irgendwie so mehr oder weniger parallel festgestellt, dass so Art Austauschgruppen in einem bestimmten Umfeld oder Thema eigentlich eine ziemlich wichtige Geschichte sind. Vor allem, weil wir irgendwie beide dann festgestellt haben, dass gerade für Führungskräfte, wenn man in seine Rolle erst hineinwächst, wie wir das ja oft besprechen, dass ja gerade dieser Start in die Führungsposition, also ob man jetzt irgendwie vom Alter her eine junge Führungskraft ist oder einfach nur neu in eine Position gekommen ist, die Herausforderungen sind die gleichen. Also da gibt es vom Alter her, glaube ich, keine unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen, sondern es ist die Position einer Führung bietet immer Herausforderungen, wenn man das erste Mal drin ist oder einfach diese Veränderung von seiner vielleicht normalen Teammitgliedrolle erklommen hat sozusagen. Und da haben wir ja auch oft darüber gesprochen, dass das immer wieder interessant ist, welche Punkte man da vielleicht nicht so mitbekommt durch seine unter Anführungsstrichen normale Führungskräfte, Schulung, was auch immer das ist. Also muss man auch ehrlich sein und sagen, das gibt es natürlich nicht überall, sondern oft passiert das einfach, ja, und du bekommst jetzt dieses Team. Und dann fragt man sich vielleicht, okay, ich habe jetzt dieses Team und jetzt, was bedeutet das eigentlich für mich, dass ich dieses Team jetzt leiten kann? Und das ist eigentlich so eine Geschichte, wo wir beide eben parallel festgestellt haben, es gibt diesen Need, zumindest wenn wir vielleicht auch an unsere eigene Erfahrung denken und wenn ich meine Erfahrung als quasi junge Führungskraft damals mir vorstelle, dann ist genau dieser Aspekt eines Austausches auf gleicher Ebene ist etwas, das so ein bisschen fehlt. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, man hat vielleicht nochmal Führungskräfte über einem, wo es natürlich schwierig ist, über seine ersten Probleme vielleicht mal zu sprechen, also abhängig natürlich von der Beziehungsebene. Auf der Mitarbeitendebene, ja, also hat man da überhaupt die gleichen Herausforderungen, mit denen man zu kämpfen hat. Und dann ist natürlich die Frage, wo werde ich das los, was mich quasi beschäftigt als junge Führungskraft in diesen Einstiegsmonaten oder vielleicht in diesem ersten Jahr. Und das ist irgendwie so eine Sache, wo wir zumindest laut überlegt haben und ich finde auch diese Gruppenidee sehr gut, dass man das wirklich schafft, in einen kompakten Austausch zu bringen mit anderen Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank.